Du willst deine Knie und Sprunggelenke öffnen? Mit welcher einfachen und hocheffektiven Übung das geht, zeige ich dir in diesem Video. Okay, die Übung, die ich dir jetzt gleich zeige, findet auf Basis des Fersensitzes statt. Also falls du diesen noch nicht kannst, dann ist dieses Video hier für dich zuerst interessant. Dort kannst du den Fersensitz nämlich lernen. Wenn du ihn schon kannst, wunderbar, dann kannst du mit mir jetzt gleich hier in Virasana gehen. Das ist eine Übung, die habe ich mir aus dem Yoga geklaut. Vira bedeutet Krieger oder Held, Asana ist die Pose. Also du kommst in deinen Fersensitz mit der kleinen Besonderheit, dass deine Knie etwa vier Finger breit auseinander sind. Nicht nur in etwa, sondern genau vier Finger breit. Und dann setzt du dich in Stufe 1 einmal hier noch mit dem Po auf der Ferse ab. Wenn es gut geht, geh mal in Stufe 2 und bring die Fersen weiter nach außen, beziehungsweise arbeite dich mit dem Po so ein bisschen zwischen deine Fersen, damit die Fersen einfach noch viel weiter rausfallen können. Und wenn das gut geht, dann Stufe 3. Da bin ich jetzt noch nicht. Dann könntest du die Füße noch ein bisschen weiter auseinander bringen, aber bitte nicht den Abstand der Knie verändern. Und dann versuchen, dich hier rein zu begeben. Und im besten Fall könntest du dann sogar mit dem Po auf dem Boden aufsitzen. Ich nehme Stufe 2. Wenn du deine Stufe gefunden hast, dann machst du es dir einfach auch ganz leicht. Mach die Übung am besten als Cooldown nach deinem Training. Begib dich in die Position. Leg die Hände am besten auf den Oberschenkel. Lass den Oberkörper aufrecht. Schließ die Augen. Und dann bleibst du für, stellst einen kleinen Timer, 3 Minuten in dieser Position. Insgesamt werden es 5 Minuten sein. Du atmest tief und regelmäßig. Versuchst dich wirklich in der Position zu entspannen. Nach 3 Minuten kommt dein Timer. Dann machst du 2 Fäuste. Bringst den Daumen bitte dabei nach innen. Bringst die Fäuste neben die Knie. Und bringst einmal das Gewicht richtig schön auf die Fäuste drauf, sodass hinten mal die Füße kurz entlastet sind. Nimmst dir hier 10 Sekunden Zeit. Setz dich wieder nach hinten ab. Wieder in eine schöne Position reinkommen. Hände wieder auf den Oberschenkel. Jetzt zählst du auf 60. Dass du deine weiteren 60 Sekunden hinter dich bringst. Wieder die Faust machen. Zweite Runde. Einmal kurz entlasten. Eine kleine Pause geben. 10 Sekunden. Und ein letztes Mal nach hinten absetzen. Noch einmal auf 60 zählen. Und dann hast du deine 5 Minuten schon geschafft. Im besten Fall auch richtig schön entspannt. Warum 5 Minuten? Naja, das Gewebe hier ist relativ fest. Und es braucht einfach Zeit, bis das aufmacht. Ich finde es selber eine sensationelle Übung. Ich habe schon 3 Knie-OPs hinter mir. Deswegen ist Stufe 3 noch eine Challenge für mich. Aber es geht. Und das solltest du auch jedenfalls auch mal ausprobieren. Deine Knie komplett strecken und beugen zu können, ist nämlich irre wichtig, damit dein Knie gesund bleibt. Und das gilt nicht nur für das Kniegelenk, sondern auch für alle anderen Gelenke deines Körpers. Also wenn du deine Gelenke mobil und stabil bekommen möchtest, dann starte doch am besten mit unserem Strong & Flex System. Den Link dazu pinnen wir hier unten in den Kommentaren an. Der Schritt 1 dabei wäre unser Mobility-Programm für Anfänger, wo wir erstmal für die notwendige Mobilität sorgen. Ein cleverer Schritt 2 ist unser Rückenprogramm, wo wir dann einfach noch die Wirbelsäule komplett an den Start bringen. Und in Schritt 3 sorgen wir dann dafür, dass wir diese gewonnene Beweglichkeit dann auch muskulär ordentlich absichern. Dass deine Gelenke auch schön am Start sind. Bitte hinterlass mir einen kleinen Kommentar, wie dir diese Übung hier gefallen hat. Lass mir noch einen Daumen nach oben da für dieses Video. Ich bin an der Stelle wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.